Bismillahirrahmanirrahim, liebe Ahmadine Brüder und Schwestern, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge von KOMPASS. Eine intakte Gesellschaft, wie sieht die aus? Sicherlich trägt einen großen Teil zu einer intakten Gesellschaft jedes Individuum bei, aber auch die Familie innerhalb der eigenen vier Wänden spielt eine ganz entscheidende Rolle, wenn es darum geht, eine intakte Gesellschaft zu bilden. Aber wie sieht eine intakte Familie wiederum aus? Welche Rolle hat eigentlich in der Familie der Vater, die Mutter, die Kinder? Und was sagt der Islam und auch unser geliebter Imam Hazar Trilifatul Massih dazu? Darüber möchten wir heute in unserer Sendung sprechen. KOMPASS. Wege zum Ziel. Ja, erstmal möchte ich beide Murubiane Zilsla hier begrüßen. Murubi Aziz Gummansahib, Zidilzahib. Assalamu alaikum, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Wir möchten über eine intakte Familie sprechen in dieser Sendung. Wie funktioniert das eigentlich und vor allen Dingen, welche Verantwortung wir innerhalb der Ahmadiyyat oder im Islam im Allgemeinen haben? Deshalb eingehen Sie vielleicht direkt die Frage, wie ist das denn? Wie funktioniert denn intaktes Familienleben? Aziz Gummansahib. Bismillahirrahmanirrahim. Eine Familie spielt im Islam eine zentrale Rolle. Und wenn die Familie funktioniert, intakt funktioniert, gut funktioniert, können es auch Quelle zu Freude und Frieden werden, die dann auch auf der Gesellschaft reflektieren. Und wir haben Muslime den Koran als unseren Leitkompass sozusagen. Und darin hat Allah Ta'ala viele Gebote in Bezug auf soziale Aspekte erwähnt. Und wenn wir versuchen, an dieser Gebote zu halten, wird sicherlich das Familienleben wundervoll funktionieren. Zidilzah? Im heilen Koran heißt es auch an einer Stelle. Und ich glaube, das ist wirklich eine Botschaft für alle Muslime, die sehr, sehr motivierend ist. Allah Ta'ala spricht von zwei Paradiesen. Und ein Paradies natürlich im Jenseits, nach dem Ableben. Aber dieses zweite Paradies, da stellt sich die Frage, wo ist das zu finden? Und das ist genau damit auch das zu verstehen, dass dieses Paradies in der eigenen Familie zu finden ist. Das heißt, wenn alle Familienmitglieder, Vater, Mutter, Kinder, ihre Rolle verstehen, ihre Verpflichtungen dann auch erfüllen, dass sie schon in diesem Leben in ihrer Familie quasi diesen Paradies finden können. Und diese Harmonie quasi in der Familie schon ausleben können. Und dass sie auch später dann im nächsten Lebensabschnitt sozusagen auch weiterbringen können. Wir wollen auch gleich über die einzelnen Rollen sprechen. Das heißt, welche Rolle hat zum Beispiel ein Vater? Ist das ja eine zentrale Figur, die der Islam sagt, dass er das Familienumbehaupt ist, hat mit eine große Verantwortung. Aber auch die Mutter hat eine ganz wichtige Rolle, weil sie eben mit auch verantwortlich dafür sein kann, eine gute Gesellschaft von morgen zu bilden. Aber vielleicht nochmal einen Schritt davor. Grundsätzlich, Sie haben ja beide eben den Heiligen Koran eben auch schon angesprochen. Wenn wir im Alltag heute blicken, und wir wollen in dieser Sendung ja sehr praktisch auch Tipps geben, ist das ja schon so, dass die Balance manchmal zwischen dieser religiösen Lehre und der Rechtleitung und trotzdem der Herausforderung des Alltags, Schule, Arbeit, was auch immer, manchmal schwierig ist. Welchen einen praktischen Tipp, wir werden später zwar nochmal über weitere Tipps sprechen, kann man den Haushältern mitgeben, mit denen man es schafft, diese Balance einzuhalten, die Familie intakt zu behalten, aber auch seinen anderen Verantwortungen nachzugehen? In erster Linie, wir haben das angesprochen, dass jeder eine gewisse Rolle auch in der Familie spielt. Der Vater zum Beispiel, wenn wir jetzt aus der islamischen Jurisprudenz heraus dann auch sehen, hat zum Beispiel die Rolle, dass er für den Haushalt zuständig ist. Da werden auch einige Begriffe genannt, unter anderem, dass er dafür zuständig ist für die Nahrung, dass er dafür zuständig ist für die Kleidung, für die Unterkunft. Das ist sozusagen in erster Linie, wofür er gerade zuständig ist. Darüber hinaus sind halt natürlich weitere Sachen, dass als Vater, dass er die Rolle hat, dass er auch zu Hause in der Erziehung quasi mit der Mutter zusammen auch seinen Beitrag dazu leistet. Und wenn wir uns dann auch auf die Rolle der Mutter dann auch nochmal darauf fokussieren, eine Mutter hat die natürlichen Fähigkeiten, die auch in ihrer Natur liegen, dass sie bei der Erziehung der Kinder eine sehr, sehr große und eine zentrale Rolle spielt. Und dementsprechend für den Haushalt zuständig ist, für die Erziehung der Kinder zuständig ist, was aber nicht bedeutet, dass der Vater sich davon sozusagen befreien kann oder dass er da gar nicht involviert ist. Im Gegenteil sogar. Unsere Cholafah haben das schon an mehreren Stellen erwähnt, dass der Vater mindestens genauso großen Beitrag dazu auch zu leisten hat, damit diese Erziehung der Kinder auch funktioniert. Die Kinder an ihrer Stelle haben natürlich auch bestimmte, eine Funktion in der Familie, eine Rolle. Und ihnen wird dann auch sozusagen geboten, dass sie in gewisser Form auch sozusagen den Eltern gegenüber respektvoll umgehen sollen, dass sie auch Gehorsam leisten sollen. Und dementsprechend, wenn sie das tun und diesen Respekt erbringen, dass Allah Dalla ihnen dann auch Erleichterung schafft, sie auch das Wohlgefallen Allah Dalla zu erlangen können. Jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen etwas in die Rollen reingegangen. Darüber sprechen wir nochmal gleich. Vielleicht können Sie da nochmal zu dem Punkt zurückkommen. Dazu werden wir auch nochmal gleich detaillierter sprechen über diese Balance. Ich habe oft das Gefühl, dass vielleicht die Eltern, junge Eltern vor allen Dingen auch vielleicht diese Herausforderung haben, diesen Verantwortungen, den dieser Dealser, wie auch gerade angesprochen hat, nachzukommen. Wie schafft man da so eine Balance zu halten? In der Tat ist es schwierig in dieser Gesellschaft oder generell immer eine Balance zu halten. Aber da hilft natürlich Gebet unter anderem. Aber abgesehen davon auch, was auch Gott im Heiligen Koran des Öfteren auch gemahnt hat, auch in Bezug auf jetzt Heirat, wenn wir die Verse uns auch nochmal vor Augen rufen, da geht es auch des Öfteren immer über Gottesfurcht. Und Gottesfurcht lehrt ja uns eigentlich im Prinzip, dass wir die Rechte erfüllen sollen und die Verpflichtungen, die wir mit uns tragen, die auch erfüllen sollen. Wenn man immer im Vordergrund hält, dass man das für Allah-Dalla tut und dass es ein Gebot Allah-Dallas ist, kann man sich bestärken darin, dass man versucht, in dieser Gesellschaft lebend eine Balance hält. Wenn man zu Hause zum Beispiel nach der Arbeit kommt, dass man sich die Zeit für die Kinder trotzdem nimmt. Auch wenn der Tag anstrengend war. Zum Beispiel wird berichtet, in einem Beitrag habe ich mal Interessantes gelesen, dass unser geliebter Imam zum Beispiel mal nachts gegen 23 Uhr oder nachts, als er die Arbeit fertig gemacht hat, zu Hause gegangen ist. Da hat ihn die Nefin, war das glaube ich, gesagt, lass uns mal bitte kurz spielen. Und Herr Suhl hat ihm die Liebe und Zuneigung geschenkt und trotzdem mit ihr zusammen auch Schach gespielt. Also es ist schwierig, klar, in dieser Gesellschaft, aber man kann immer, wenn man die richtigen Prioritäten gesetzt hat, auch eine Lösung finden. Weil das ja auch vor allem sehr, sehr wichtig ist, weil wir alle gemeinsam, glaube ich, im Konsens sind und sicherlich auch Sie, liebe Zuschauer, dass nur durch eine intakte Familie auch eine intakte Gesellschaft gebildet werden kann. Dann lassen Sie uns doch etwas detaillierter über die Rollen sprechen. Herr Dizap hat es ja kurz schon angeschnitten über die einzelnen Rollen. Vielleicht lassen Sie uns mal mit der Vaterrolle anfangen, die ja eine zentrale Figur ist und die sehr viel Verantwortung auch hat. Im islamischen Kontext ist er, wie auch das Familienoberhaupt, verantwortlich für einige verschiedene Sachen, die Islam aufertragen hat, Azizap. Wie sieht die Verantwortung eines Vaters in dem Haushalt aus? Ja, Lattala hat im Heiligen Koran zum Beispiel auch gesagt, Darüber hinaus hat zum Beispiel, steht im Heiligen Koran, dass sie verantwortlich sind. Und wie man es aber auch schon eben erwähnt hat, der Hauptverantwortliche ist natürlich mal, damit eine Familie funktioniert, der Vater. Wir sehen es zum Beispiel im Unternehmen, in Organisationen, dass es immer jemanden gibt, der eine gewisse Entscheidungsrolle spielt und gewisse Entscheidungen treffen muss. Und genau so ist es in einer Familie. Natürlich sollte man sich gemeinsam beraten, wenn es um eine Entscheidung geht. Aber letztendlich hat sozusagen das letzte Wort der Vater. Und der ist für sämtliche Sachen verantwortlich, auf einigen Aspekte hat er auch schon mal bis abhin gewiesen. Aber da könnte man in diesem Zusammenhang, dass er dies von dem Heiligen Propheten, oder seine Vorbildsrolle vor Auge halten. Zum Beispiel sagt er, Von den Menschen ist derjenige am besten, der mit seiner Familie gut umgeht. Und all diese Aspekte sollte man natürlich im Vordergrund halten, damit man die Rolle auch am besten umsetzen kann, durchführen kann. Bei Verantwortung, ja, Salisa? Wenn Sie mir gestatten, ich würde gerne ein Vers, den Murbisab gerade erwähnt hat, etwas erläutern. Also es bedeutet ja, dass der Mann gegenüber der Frau, oder im Umgang mit der Frau sozusagen der Stärkere ist. Und wenn man sich das mal überlegt, wieso hat das Allat ala im Heiligen Koran stehen, dass es wäre jetzt eine Binsenweinheit, Weisheit, wenn jetzt ein Mann gegen eine Frau jetzt da ist, dass natürlich der Mann körperlich gesehen stärker ist. Da ist auch die Rolle des Mannes dann auch explizit angesprochen, dass er sozusagen der Stärkere in dem Sinne ist, dass er zu Hause auch die Position oder die Rolle davon hat, dass er der Aufpasser ist. Man muss es einfach mal ganz praktisch auch sehen. Ein Mann hat bestimmte Verantwortung. Er ist verantwortlich für seine Frau. Also es heißt, er muss die Verantwortung, seine Verpflichtung gegenüber der Frau erfüllen. Und letzten Endes dann auch, er hat Verantwortung gegenüber seinen Eltern, die er auch erfüllen muss. Das heißt, er ist dafür verantwortlich. Er wird letzten Endes dann sozusagen auch Rechenschaft dafür leisten müssen, wenn etwas nicht passt. Er hat Verantwortung gegenüber seinen Schwiegereltern. Er wird auch letzten Endes da gefragt. Er muss da Frage und Antwort stehen. Er muss da letzten Endes dann auch erklären, wieso bestimmte Sachen vorgefallen sind. Dasselbe gilt dann auch für den Job. Er ist verantwortlich. Er muss dann gerade stehen, auch gegenüber seinem Boss, für die Aufgaben, die er tun soll. Deswegen ist genau dieser Punkt da als Rolle des Mannes, dass er verantwortlich letzten Endes ist. Er ist das Oberhaupt der Familie. Und dementsprechend hat er auch diese Befehlsgewalt, die er in gewissen Bereichen auch gegeben hat, dass er dieser gerecht werdend dann auch die Schwierigkeiten im Leben, dass er da gerade stehen muss. Also das ist seine Stärke, dass er da die Stärke zeigt, dass er die Probleme bewältigt und mit einer Rationalität, natürlich mit Vernunft, aber dass er letzten Endes dafür da ist und die Sachen klären soll. Also es ist immer natürlich auch mit einer großen Verantwortung verknüpft, dass was vielleicht jene, die nicht mit der islamischen Lehre vertraut sind, vielleicht auch missverstehen. Natürlich hat das immer mit einer ganz großen Verantwortung auch zu tun, die eben der Islam dem Vater gibt, der sich eben für die Familie sorgen soll. Genauso wichtig aber, liebe Morubianen, sind natürlich die Mütter in einer Familie, die auch mit der Erziehung der Kinder ja mit dafür verantwortlich sind, dass die Gesellschaft von morgen geformt wird. Welche Rolle wird der Mutter im Islam oder auch durch die Lehren vom feisten Messias, der Islam, aber auch von unserem geliebten Imam, der Mutter zu teilen? Da ist auch die Lehre sehr klar und wir wissen, dass die Stellung der Frau, die Stellung der Mutter im Islam sehr, sehr hoch angelegt wurde. Zum Beispiel heißt es, dass die Kinder das Paradies erreichen können, wenn sie den Eltern oder wenn sie gerade der Mutter dienen. In der Überlieferung heißt es, dass das Paradies unter den Füßen der Mütter eben auch liegt. Und das heißt genau, dass man sozusagen durch diesen Respekt gegenüber der Mutter, dass man auf sie dann eben dann auch aufpassend ihr Gehorchen, den Paradies auch erlangen kann. Die Rolle der Mutter dabei ist natürlich, dass sie entsprechend der Lebensphase des Kindes dann auch einschreitend dann natürlich diese Erziehungsmaßnahmen dann auch einsetzt. Das fängt schon vor der Geburt an. Also eine Mutter ist nicht erst eine Mutter nach der Geburt, sondern schon wirklich davor. Da sind es dann bestimmte Phasen des Gebetes schon vor der Geburt, dass man für das Kind betet, dass man dann auch in der Phase der Schwangerschaft zum Beispiel gibt, dass auch bestimmte Berichte, dass verschiedene Leute da auch während der Schwangerschaft dann auch den Heiligen Koran rezitiert haben, dass das Kind schon im Mutterleib den Koran schon komplett dann auch gehört hat und dementsprechend dann auch positiv da auch beeinflusst wurde. Auch nach der Geburt, schon in der Kindheitsphase, da wissen wir es von verschiedenen Überlieferungen, wie dann die Mütter sozusagen ihre Kinder schon in der Kindheitsphase bestimmte Sachen dann auch beigebracht haben. Zum Beispiel Regeln, Verhaltensweisen, also beim Essen, gegenüber Eltern, Verhaltensweisen, verschiedenste Sachen in verschiedenen Bereichen des Lebens sozusagen auch im Alltag, dass es wirklich schon in der sehr, sehr kleinen Phase anfängt. Bis hin dann zu einer höheren Phase, wenn das Kind dann irgendwann auch so reif ist, dass es verstehen kann, wo es bestimmte Entscheidungen trifft, wo dann auch die Mutter in gewissem Maße auch einen Freiraum geben muss den Kindern, dass sie dann auch sozusagen ihr Ich entwickeln, sozusagen auch eigene Vorstellungen entwickeln. Die Mutter hat aber immer die Verantwortung, dass sie das Kind sozusagen auch anschauen, dann auch leitet und eine Richtung vorgibt und sozusagen nicht verwahrlos lässt, dass man sagt, ja, das Kind soll alles selber entscheiden. Die Mutter ist eigentlich, lenkt quasi das ganze Gefüge des Kindes, wie es sich in Zukunft entwickeln kann. Und diese Rolle muss sich die Mutter auch gewahr werden und wird das auch in den meisten Fällen. Und das erwartet der Islam auch von einer Mutter, dass sie dem Kind auch wirklich eine Richtung auch vorgibt. Was ist er? In einem Hadith hat der heilige Prophet, Zallallahu alaihi wa sallam, gesagt, dass die Eltern entweder Paradies sind oder Hölle sind. Und ich verstehe unter dieser dies Folgendes, wenn die Eltern ihre Rolle verstehen und akzeptieren und auch versuchen, bestmöglich weiterzugeben, auszuführen, dann entsteht die Gesellschaft auch dementsprechend, auch friedlich, die wir uns natürlich auch dann gerne wünschen. Daher ist es zu einem wichtig, dass sie insbesondere die Mutter, die natürlich die ganze Zeit mit den Kindern auch verbringt und so den großen Eindruck hinterlassen kann, dass sie ihre Rolle am besten ausführt, damit unsere Gesellschaft friedlich miteinander auch dann in Zukunft leben kann. In diesem Zusammenhang vielleicht an beidem Robbier nochmal. Unser geliebter Imam, Hasidr-Trifatul-Masih, Aydalahu ta'ala, hat ja auch in verschiedenen Klassen das auch nochmal klargestellt, welche Verantwortung beide tragen, auch in Sichtlicht in der Rolle der Mutter. Wenn wir gerade die, ich sag mal etwas, die heutige Zeit uns anschauen, wo natürlich immer auch ein Gedanke, ein Gefühl auch da ist, zu sagen, ja vielleicht arbeitstechnisch oder bildungstechnisch, was ja auch keinem verwehrt ist, sondern ganz im Gegenteil, der Islam lehrt das ja auch, dass man das machen soll, aber da gibt es manchmal bei den Überlegungen Konfrontationen, wo man nicht ganz klar ist, wie weit darf ich gehen, was sollte ich machen, was darf ich nicht machen. Vielleicht könnten Sie beide dahingehend nochmal eingehen, was genau mehr priorisiert werden sollte, als vielleicht das andere. Ja, der Islam hat, wie eben auch schon, glaube ich, aus unseren Beiträgen schon herauszuhören ist, den Fokus auf Kinder gelegt. Und wenn die Kinder insbesondere in diesem Alter sind, wo die diese Erziehung und die Liebe und Zuneigung von den Eltern, insbesondere von den Müttern brauchen, da ist es schon wichtig, dass die Mütter zu Hause bleiben und die Zeit und die Zuneigung den Kindern schenken. Aber wenn die aus irgendwelchen Gründen auch arbeiten gehen müssen, dann ist klar, hat Islam natürlich auch erlaubt, aber der Fokus liegt klar bei den Kindern. Ab einem gewissen Alter natürlich, wenn die selbstständig, wie man bisher schon gesagt hat, sind, könnte man natürlich auch dann die Entscheidung später treffen, dass man auch parallel mit dem Ehemann zum Beispiel zusammen arbeiten geht. Aber im Vordergrund stehen natürlich immer die Kinder, die letztendlich dazu beitragen, wie eben schon erwähnt, die Gesellschaft natürlich auch aufzubauen. Und was eben nicht unterschätzt werden darf, weil eben genau das dann die Menschen sind, mit denen wir morgen zu tun haben. Liebe Zuschauer, hier möchte ich Sie noch mal einladen, dass Sie mit uns vielleicht Ihre Erfahrungen austauschen möchten, vielleicht in den Kommentaren unter diesem Video, aber auch vielleicht konkrete Fragen haben, mit denen Sie im Alltag zu tun haben, im Lichte dieser Lehren, die wir hier Ihnen versuchen näher zu bringen, im Lichte der Lehren des Heiligen Korans, aber auch den Worten von unserem geliebten Imam Hassad Trillifatul Masidhan. Dann sind Sie gerne eingeladen, diese Frage hier auch zu stellen, gerne auch an unserem Rubian, die wir versuchen werden, Ihnen dann auch zu beantworten. Dann wollen wir auch zum nächsten Teil der Familie kommen, der entsprechend eben auch schon angesprochen wurde. Das sind die Kinder, die in erster Linie die Erziehung genießen von den Eltern. Aber die Kinder selbst haben ja aktiv, später gerade auch im älteren Alter, wenn sie, ich sag mal, Jugendliche werden, eine gewisse Verantwortung innerhalb der Familie gegenüber dem Vater, gegenüber der Mutter, gegenüber auch der Gesellschaft. Wie sieht da die Verantwortung aus, die der Islam und die Ahmadiyyat den Kindern überträgt? Ja, da gibt uns der Heilige Koran natürlich auch Gebote zur Hand und Hinweise, wie zum Beispiel steht es im Heiligen Koran, Fala takalloma uffin, sagt nicht uff zu den Eltern, zudem steht auch im Heiligen Koran, wabil walidena isana und seid gütig gegenüber den Eltern. All die, beide Verse deuten darauf hin, dass die Kinder natürlich gehorsam gegenüber den Eltern sein sollten. In einem Hadith zum Beispiel wird berichtet, dass Allah tala all die Sünden vergeben wird, die er will, außer dem Ungehorsam sein gegenüber den Eltern. Also die Eltern, ist klar, die Kinder sind ab einem gewissen Alter, vor allem in der Pubertätsphase, anders denkend und wollen natürlich ihre eigenen Interessen entwickeln und auch die dann auch dementsprechend umsetzen. Aber Lattala sagt, wie eben schon erwähnt, dass man klar die Eltern respektieren sollte und auch gehorsam gegenüber die Eltern sein sollte. Zetitza? Ich möchte vielleicht an dieser Stelle den Ersten zitieren und er hat in diesem Zusammenhang über auch seine eigene Erfahrung geschrieben. Er schreibt an einer Stelle, es heißt da, wenn man genau schaut, wie viel Kraft Eltern in der Erziehung ihrer Kinder investieren, würden die Kinder alles für sie tun. Ich, als leiblicher Vater von 14 Kindern, habe selbst in Erfahrung gebracht, dass die kleinste Unannehmlichkeit für die Kinder den Eltern großen Schmerzen bereiten. Betet für sie in Dankbarkeit für ihre Güte. Ich werde nie müde, für meine Eltern zu beten. Ich habe kein Totengebet verrichtet, in dem ich nicht für sie gebetet hätte. So fromm sich das Kind entwickelt, umso einfacher haben es die Eltern und sie verbringen schon in dieser Welt ein himmlisches Leben. Also hier hat also Muslima al-Talhanu auch über die Erziehung der Kinder genau dieses Gebet angesprochen, dass er zu jedem Anlass für die Kinder betet. Und andersherum für die Kinder dann die Verantwortung heraus, dass sie natürlich dasselbe auch für ihre Eltern tun. Es gibt ein Gebet, wo wir dann auch für die Eltern beten. Und da entspringt auch daraus, dass die Eltern sozusagen diese Opferbereitschaft geleistet haben, dass sie für die Kinder da sind, dass sie alles für die Kinder tun und letzten Endes wollen, dass es den Kindern gut geht. Und dann ist es dann eben auch in der Verantwortung der Kinder, dass sie ihre Eltern, auch wenn sie jetzt ein Alter erreicht haben, wo sie vielleicht abhängig von den Kindern sind, wo sie auf ihre Hilfe sozusagen dann auch diese Hilfe erwarten, dass die Kinder dann in dieser Rolle sozusagen dann später auch diesem gerecht werden, dass sie auch diese Güte, die sie von den Eltern erfahren haben, dass sie diese auch zurückzahlen. Und das in Form davon, dass sie im Alter sozusagen den Eltern dann auch unterstützen, da sind, für die Eltern beten, für ihr Wohlergehen beten und dementsprechend immer für sie auch da sind. Die Wichtigkeit in diesem ganzen Kontext kann man auch in der Form vergegenwärtigen. Zum Beispiel hat jemand den heiligen Propheten Zerlava Leser auch mal die Frage gestellt, wer hat am meisten den Anspruch auf meine gütige Freundlichkeit? Daraufhin hat der heilige Prophet Zerlava geantwortet, deine Mutter. Er hat darauf wiederhin gefragt, wer sonst erzählte, beziehungsweise antwortete Hasul Zerlava Deine Mutter. Und als er nochmals gefragt hat, zum dritten Mal, wer sonst, antwortete Hasul, dein Vater. Dadurch kann man sehen, was für einen Umgang man mit der Mutter fliegen sollte. Abgesehen davon gibt es auch ein anderer Hadith, wo Hasul Sallallahu mal von seiner Reue erzählt hat, dass er einmal im Paradies war und dort hörte er eine Rezitation und daraufhin hat er gefragt, wer ist das? Wer rezitiert da gerade? Da wurde ihm gesagt, dass es Hades bin Norman ist. Und in dem Satz wurde dann auch gerade dem heiligen Propheten Zerlava Dezim gesagt, er war der Gütigste zu seiner Mutter. Und diese beide Aspekte beleuchten auch, dass es wichtig ist gegenüber den Eltern, insbesondere bei der Mutter, die ja die ganze Zeit bei den Kindern ist und ihre Karriere und alles Mögliche, was in ihrem Zusammenhang fällt, auch aufgibt. Es ist ja nicht einfach für die Mutter insbesondere, natürlich auch für den Vater, Kinder zu erziehen. Es ist natürlich alles auch mit Opferbereitschaft verknüpft, wie Anfang auch von Ihnen erwähnt, mit dieser Balance. Da ist es wichtig, dass man das alles versucht, soweit es möglich ist, im Rahmen dem Gleichgewicht zu behalten. Absolut. Und ich glaube, da gibt es auch verschiedene Unterstützungsangebote auch innerhalb der Jamaat. Da ist es über die Abteilung Tribiat, über die Mrobiane Silsela, die in den verschiedenen Moschinen sind, wo sie immer auch Unterstützung suchen können, aber auch wirklich ganz praktisch bei sich zu Hause, indem sie die Ansprachen von Khlifa wirkt, zu verschiedenen Anlässen sich noch mal vor Augen führen, in denen Herr Sudektes sehr klar Anweisungen gibt für die jeweiligen Rollen innerhalb der Familie. Das sagt, er lässt mal an die Mrobiane bis hierhin, liebe Zuschauer. Und eine dieser Ansprache, oder einen Teil dieser Ansprache von Herr Sudektes, möchte ich Ihnen anhand einiger Worte nahe bringen, die Herr Sudektes auf einer Delsa Salana in Deutschland mal gesagt hatte. Herr Sudektes sagte, für euch beide, Mann und Frau, ist es die Pflicht, dass ihr gegenseitig eure Pflichten erfüllt, die Rechte des anderen wahrt. Macht eure Häuser zu Orten der Liebe und achtet die Rechte der Kinder. Dies ist nicht nur Pflicht der Frauen, auch die Männer sind dazu verpflichtet. Die so entstehende Gesellschaft wird eine Gesellschaft der Liebe und Gerechtigkeit sein, sagt Herr Sudektes. Alle Frauen und Männer werden bestrebt sein, die Rechte des jeweils anderen zu erfüllen. Und nur so, liebe Zuschauer, kann es gehen, indem wir alle damit bemüht sind und uns anstrengen, die jeweiligen Rechten des anderen zu erfüllen und vielleicht manchmal auch das eigene Recht, auch wenn man vielleicht in einer Angelegenheit richtig ist, aufzugeben. Dann können wir eine friedvolle Familie bilden, dann können wir eine friedvolle Gesellschaft bilden. Mit diesen Worten möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken für das Zuschauen der heutigen Sendung. Bis zum nächsten Mal. Assalamualaikum und rachmatullahi wabarakatuhu.